Willkommen zu EasyPC. In dieser Woche haben wir die Themen Was gehört in den Notvorrat? Der Westnil-Virus, das versteigerte Tizian-Gemälde, Intel in Magdeburg und TechAllianz. Login ohne Passwort. In Deutschland sind wir nicht vor Unglücken gefeilt. Flutkatastrophen, Pandemiegeschehen, Stromausfälle und andere Katastrophen werden immer häufiger. Vor dem Hintergrund des Konflikts in der Ukraine rät Bundesinnenministerin Nancy Faeser dazu, für den Krisenfall vorzusorgen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat dafür ein Ratgeber samt Checkliste veröffentlicht. In dieser Vorratsliste enthalten sind Dinge, die es einem Haushalt ermöglichen sollen, Krisen- und Gefahrensituationen etwa 10 Tage lang ohne Einkauf zu überstehen. Das soll Hamsterkäufen entgegenwirken und dafür sorgen, dass Situationen wie das Plündern der Klopapier- und Konservenregale der Vergangenheit angehören. Ein 10-tägiger Nahrungsvorrat für eine erwachsene Person sieht in etwa so aus und beinhaltet zum Beispiel Getreide, Getränke und Wasser zum Kochen. Der durchschnittliche Verbrauch einer erwachsenen Person liegt bei 2200 Kilokalorien. Neben ausreichend Lebensmitteln und Getränken, die zweifelsohne am wichtigsten im Notvorrat sind, gehören auch grundlegende Hygieneartikel mit dazu, um Krankheiten vorzubeugen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt Dinge wie Seife, Waschmittel, Toilettenpapier und ähnliches. Ebenfalls unerlässlich für die Grundversorgung ist eine gut ausgestattete Hausapotheke. Je nach Vorerkrankung, Unverträglichkeiten oder Allergien muss die genaue Liste noch erweitert werden. Eine medizinische Grundversorgung sollte aber gewährleistet sein. Wichtige Dokumente wie Urkunden, Sparbücher, Ausweise oder Impfpässe sind ebenfalls in der Liste enthalten. Eine genaue Auflistung mit allen Punkten findet ihr in unten unserer Videobeschreibung. Habt ihr schon einen Notvorrat angelegt oder haltet ihr das für übertrieben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht uns einen Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren. Achtet aber darauf, dass unter unserem Video auch unser Logo zu sehen ist. Wenn dem nicht so ist, klickt oben in die Suchleiste und gebt EasyPC ein. Wenn ihr uns dann da abonniert, könnt ihr euch auch sicher sein, dass ihr auch wirklich uns abonniert. Und dann verpasst ihr auch nie wieder eins unserer Videos, die jeden Donnerstag um Punkt 18 Uhr erscheinen. Der Westnil-Virus verbreitet sich in Deutschland. Bis jetzt war Bayern der einzige Hotspot. Inzwischen breitet es sich auch im Osten Deutschlands aus. Die Gründe dafür sind momentan noch unbekannt. Deshalb bitten Wissenschaftler darum, mögliche Krankheitsträger, also Mücken, zu fangen und ihnen zuzuschicken. Daraus erhofft man sich Antworten. Ursprünglich kommt das Virus vor allem in wärmeren Regionen der Erde vor. Wissenschaftler des Friedrich-Loeffler-Instituts hatten allerdings heimische Hausmücken bereits als Überträger identifiziert. Das Virus kann in den Mücken sogar überwintern und entwickelt sich besser, je wärmer es wird. Der Klimawandel fördert die Verbreitung des Virus also ungemein. Besonders, weil deshalb auch exotische Mückenarten einwandern, die sowieso schon Träger des Virus sind. Eine Infektion bleibt laut Angaben des RKI meist unbemerkt. Dafür kann ein schwerer Verlauf, auch wenn es selten ist, tödlich enden. Wer die Wissenschaft in diesem Unterfangen unterstützen möchte, der ist dazu aufgerufen, Mücken an das ZALF, also das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, zu schicken. Die büßende Magdalena wurde verkauft. Am 11.04. wurde ein lang verschollenes Tizian-Gemälde für 4,8 Millionen Euro im Dorotheum versteigert. Unter dem Thema Gemälde alter Meister erzielte das Werk einen der höchsten Auktionspreise weltweit für den Künstler. Geschätzt wurde der Wert auf 1 bis 1,5 Millionen Euro. Bei dem Gemälde handelt es sich um ein lange verloren geglaubtes Glied in einer Kette von Werken, die über vier Jahrzehnte immer wieder mit leicht variierendem Bildthema von Tiziano Vecelio geschaffen wurden. Na, habe ich deine Aufmerksamkeit? Als EasyPC-Kunde hast du auf jeden Fall unsere. Uns ist wichtig, dass bei dir alles so glatt läuft wie möglich. Und deshalb sind wir auch 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche für dich erreichbar. Komm und werd Teil der Easy Family. Wir freuen uns schon auf dich. US-Chip-Gigant Intel will ab 2027 in Magdeburg produzieren lassen. Für Sachsen-Anhalt wird es die größte Neuansiedlung in seiner Geschichte. Aber was heißt das für die weltweite Chip-Produktion? Antworten liefert ein Interview des Experten Christoph Windeck mit dem MDR. Momentan ändert die Fabrik wenig in der weltweiten Chip-Industrie. Nur rund 10% der globalen Chip-Fertigung findet in der EU statt. Die größten Produzenten sitzen in Taiwan. Mit diesen will Intel konkurrieren und baut dafür weltweit Kapazitäten aus. Der EU kommt das gelegen, da diese bis 2030 die Chip-Fertigung vervierfachen will. Für Intel selbst weist der neue Standpunkt auf einen gewissen Kurswechsel hin. Intel produziert zwar schon seit vielen Jahren eigene Chips, das war bis jetzt aber nie der Hauptgewinndringer. Das will Intel jetzt ändern und seine Produktion hochfahren und höhere Umsätze erzielen. Gefahren sieht Windeck in der Art, wie sich die Halbleiterindustrie verhält. Dort kommt es immer wieder zu Zyklen, an deren Ende der Markt zusammenbricht, weil er mit Chips überschwemmt wird. Das Problem dabei ist, dass Chip-Fabriken nur dann wirklich lukrativ laufen, wenn sie nahezu voll ausgelastet sind. Man kann also nicht einfach weniger produzieren. Wenn man bedenkt, dass so ein Werk 20 Jahre lang laufen soll, wird es in dem Zeitraum wahrscheinlich mehrere Momente geben, in denen es nicht optimal läuft. Wer sich einloggen will, braucht ein Passwort. Das klingt, als wäre das eine universelle Wahrheit. Wie sonst soll ein Account gesichert sein? Tatsächlich gibt es andere Wege. Die weltweit führenden Tech-Konzerne Apple, Google und Microsoft wollen künftig sichere Anmeldeverfahren erleichtern, die beim Einloggen ohne ein Passwort auskommen. Die neuen Funktionen sollen es Websites und Anwendungen ermöglichen, Verbrauchern sichere und einfache Anmeldungen ohne Passwort auf allen Geräten und Plattformen anzubieten. Der Standard wurde von der Fido Alliance und dem World Wide Web Konsortium entwickelt. Zur Fido Alliance gehören nicht nur hunderte Technologieunternehmen und Dienstleister, sondern auch Behörden wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Mit dieser Neuerung will man erreichen, dass sensible Daten in Zukunft nicht mehr allein durch ein Passwort geschützt werden. Seit Jahren weisen Experten darauf hin, dass sogar komplexe Passwörter auch, wenn sie regelmäßig geändert werden, unsicher sind. Stattdessen soll man Sicherheitssticks oder Codes aus Authentifizierungs-Apps verwenden, was zu einem höheren Sicherheitsstandard führt. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es gern mit eurer Familie und Freunden. Abonniert doch kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um keins unserer Videos, die immer donnerstags pünktlich um 18 Uhr erscheinen, zu verpassen. Ich bin Marlena von Easy Peasy. Bis zum nächsten Mal. Und dafür sorgen, dass Situationen wie das Plündern der Klopapier- und Konservenregale der Vergangenheit angehören. Ein Zehntiger... Ein Zehntiger... Ey, mir ist... Stattdessen soll man Sicherheitssticks oder Codes aus Authentifizierungs-Apps an Geräten und Plattformen anzubieten. Der Standard wurde von der... F... 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 F.... Bis zum nächsten Mal.